Weil wir müssen das, das ist wichtig. Also er hat uns ja reingelassen bei dem ersten, das muss ja richtig gewesen sein. Weil er war ja ganz glücklich darüber, dass wir ihn das fragen wollten. So, wir haben Kaffee oder Tee, dann nehmen wir diesmal Tee. Vielleicht muss ich das noch ein drittes Mal machen, dann nehmen wir den Wasser. Das Wasser. So, was interessiert sich genau? Widerstand während des Krieges. Okay. So, jetzt muss ich das andere wählen. Achso, genau, der redet hier erstmal weiter. Achso, ich kann es überspringen. Ah, so, wie haben Sie die Besetzung erlebt? Ich, ich hatte Glück, mir kamen Sie nicht auf die Schliche. Also kämpfte ich schließlich erst beim Prager Aufstand mit der Waffe in der Hand. Wissen Sie, wo der Prager Aufstand begann? Nein. Huch, ich habe Schluck auf. Entschuldigung. Oh nein. Sorry. Warum passiert mir das immer in einer Aufnahme? Warum kriege ich Schluck auf? Oh nein, die Zeit läuft. Äh, ich weiß nicht. Im Park hatte man vielerorts natürlich schon vorher demonstriert. Aber der richtige Aufstand begann hier in Vino Hadi beim Rundfunkgebäude. Das war am 5. Mai, damals ahnte niemand von uns, dass es noch ein paar Tage dauern würde, bis Prag befreit ist. Wir belagerten dann die deutsche Besatzung in der Schule am Lobkowitschplatz. Das waren rund 500 erfahrene Wehrmachtssoldaten, die mit Maschinengewehren auf uns feierten. Nachdem sie kapituliert hatten, gingen wir den Güterbahnhof in Zitzko verteidigen. Da war es am schlimmsten. Sie wissen ja von den Gräueln, die sich am Gymnasium nach Pratschatscha abspielten. Okay. Hm, oh nein. Ich weiß es nicht, was es dort gab. Gab es dort eine Kaserne, eine Hinrichtungsstätte? Puh. Boah, diesmal sitze ich natürlich blöd da. Ups, das erste, irgendeine Standardfeldherrenhalle. Es waren ein paar hundert frisch rekrutierte Burschen, die obwohl noch keine 18 Jahre alt, schlimmer als die SS waren. Boah. Sie richteten Geiseln hin, nahmen keine Gefangenen und ermordeten am Ende auch unsere Parlamentarier. Nachdem sie dann aus der Schule abgezogen waren, fanden wir im Keller die Leichen der ermordeten Gefangenen. Heftig. Aber ich bin wegen etwas anderem gekommen. Oh, ich weiß es nicht. Soll ich das? Oder soll ich einfach sagen, bitte fahren Sie fort? Ich mache mir halt Sorgen, dass wir irgendwie zu sehr vom Thema abkommen. Hm, aber ich frage mal. Mich würde interessieren, was Sie während der Besetzung mit Widerstand gemacht haben. Mich interessiert die Geschichte meines Großvaters. Machen wir das? Ja, den kannte ich natürlich. Kennengelernt habe ich ihn im 38er Jahr bei der Mobilisierung. Er meldete sich freiwillig, weil er bisher in keinerlei Militärdienst geleistet hatte. Er konnte nicht einmal richtig mit dem Gewehr umgehen. Aber später hatte sich Großvater doch den Widerstand angeschlossen, oder? Nein, hat er nicht, das wissen wir ja schon. Großvater schreibt im Tagebuch, dass sie Freunde waren. Also mir hat ihr Großvater ein bisschen leid getan, denn seine Begeisterung war zwar ein wenig kindisch, aber echt. Daher nahm ich ihn unter meine Fettische. Die alten Haudegen lachten über ihn und sagten, na, wenn alle Stricke reißen, wirft Jindra die Flinte weg, nimmt die Klarinette und bläst so stark in sich hinein, dass der Feind die Flucht ergreift. Das ist ja süß. Wissen Sie, ich versuche herauszubekommen, warum Großvater von der Gestapo verhaftet wurde. Und wie ging es dann bei ihm weiter? Ich mache dann das Erste. Warum ihr Großvater verhaftet wurde, haben wir eigentlich nie in Erfahrung bringen können. Oh, nun, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, hatte es also, wie man so sagt, aus erster Hand. Hä? Er weiß es auch nicht? Prag, wie noch hatte, 27. Mai 1942. Als ich mich nach der Nachtschicht ausgeschlafen hatte, ging ich nachmittags an Minoradi mit dem Hund Gassi. Okay. Okay, das ist wieder von dem Attentat wieder, wurde hier berichtet wahrscheinlich. Aber jetzt lassen die Deutschen die Hölle losbrechen. Oh, und da hat er das mitbekommen. Das nicht. Die Gestapo hat Jindrich verhaftet. Oh je, das war gar nicht gut, denn Jindrich wusste, dass ich ihm im Widerstand war. Wenn sie ihn zum Singen gebracht hätten, wäre ich auch dran gewesen. Oh ja, der hat natürlich auch Angst gehabt, ne? Ich habe auch ihre Großmutter gefragt, aber die wollte überhaupt nicht mit mir reden. Sie sagte nur, mit unserem Widerstand brächten wir den Leuten nur Unglück. Dabei musste die Verhaftung ihres Großvaters überhaupt nicht mit dem Widerstand zusammenhängen. Wenn Großvaters Tagebus las, las ich, dass er einem Freund half, der sich dem Transport entzogen hatte. Großvater war also mit ihnen im Widerstand? Nein, war er nicht. Ja, wissen Sie, wenn jemand untertauchen, also verschwinden musste, versuchten wir gefälschte Papiere für ihn zu besorgen. Dabei handelte es sich zumeist um junge Juden, die dem Transport entgehen wollten. Na und einmal kam eben Jindra damit, dass er einen Bekannten habe, einen Juden, der verschwinden müsse. Nun, wir sagten ja, aber er müsse einen Personalausweis besorgen. Schließlich gab er ihm seinen eigenen. Wir tauschten nur das Foto aus, malten den Stempel dazu und fertig. Also ich habe diesen Menschen nie kennengelernt, keine Ahnung, um wen es da ging. Aber möglicherweise flog die Sache auf. Na jetzt habe ich mich beim Reden doch fortreißen lassen, dabei sollte ich schon längst weg sein. Aber eine Sache will ich noch loswerden. Und vor einiger Zeit war ein junger Bursche von der Stiftung Postbellum hier bei mir, die Erinnerungen von Kriegsveteranen und politischen Häftlingen sammelt. Und im Laufe des Gesprächs erwähnt er auch, dass er mit ihrem Großvater, mit Jindra, gesprochen hatte. Versuchen Sie, das dort zu fragen. Aha, okay, haben wir jetzt einen neuen Anhaltspunkt. Grecia half, gefälschte Papiere für Großvaters Freund zu beschaffen. Grecia glaubt, dass Großvaters Verhaftung nicht mit dem Widerstand zusammenhing. Die Organisation Postbellum besitzt Aufzeichnungen mit Großvaters Erinnerungen an den Krieg. Da werden wir natürlich jetzt gleich weitermachen. Ich glaube aber echt, dass es damit zusammenhängt, die Verhaftung, dass das bestimmt aufgeflogen ist mit dem Ausweis. Weil die haben das dann herausgefunden und gesehen, wem dieser Ausweis eigentlich gehört. Dann kann man eins und eins zusammenzählen, denke ich mal. Das ist schon heftig. Okay, machen wir weiter. Ich glaube, das meiste haben wir hier. Das Wichtigste zu sagen ist mal so, hier Postbellum, da wollen wir jetzt wieder dran. Aufzeichnungen von Postbellum. Gespräch deines Großvaters mit einem Redakteur von Postbellum. Oh, die können wir uns jetzt alle anhören. Das ist das Verhör bei der Gestapo. Auschwitz. Oh, das Konzentrationslager wahrscheinlich. Repatriierung. Theresienstadt. Kleine Festung. Verhaftung. Fangen wir mit der Verhaftung an. Ich rede nur sehr ungern darüber, denn das alles hatte kein gutes Ende. Ihr Freund, sagen Sie, hat nicht überlebt? Oh, genau, er hat nicht überlebt. Er war ein alter Schulfreund, Egon Marisch. Ein Bohemian, der eine Schwäche für hübsche Mädchen hatte. Deswegen gründete er auch eine Schulmusikgruppe. Ich spielte auf Klarinette mit. Wir waren sehr gute Freunde. Ich war immer in allem eher der Gemäßigtere. Im Laufe des Krieges veräppte das alles. Ich heiratete und die Musikgruppe löste sich auf. Eigentlich traf ich mich dann auch nicht mehr mit Egon. Irgendwann im Winter 1942 traf ich ihn in der Stadt. Er sah furchtbar aus, denn, naja, er war nicht zum Transport erschienen und untergetaucht. Er war Jude, dabei hatte er sich nie besonders als ein solcher gefühlt. Wir hatten das eigentlich gar nicht gewusst und so wurde aus ihm ein Gejagter. Mir war klar, dass ich ihm helfen musste, auch wenn das damals gefährlich war. Er hatte keine Papiere. Bei einer Kontrolle wäre es also schlecht für ihn ausgegangen. Da kam mir eine fabelhafte Idee. Wegen des angeblichen Verlusts meiner Papiere würde ich zur Polizei gehen und dort neue beantragen. Das habe ich auch gemacht und den alten Ausweis brachte ich zu Kreta. Der jemanden kannte, der Papiere fälschen konnte. Egon hatte jetzt also einen Personalausweis mit eigenem Foto. auf meinen Namen. Und damit konnte er sich in der Stadt bewegen. Oh. Ja, aber es ist echt traurig. Der hat es also nicht überlebt, ne? Heftig. Okay, machen wir das jetzt, das Verhör, oder? Machen wir erst mal das Verhör. Ich wusste überhaupt nicht, was vor sich geht. Und als man mir dann meine, also Egons Papiere zeigte, fuhr ich zusammen und mir war klar, dass ich jetzt ein Problem hatte. Wissen Sie, was das Kino ist, im Petschek Palai? Es ist so ein kahler Raum im Keller. Eine weiße Wand, da sind Bänke wie im Kino und vor ihnen eine weiße Wand. Dort spielen sie alle diese furchtbaren Gedanken im Kopf ab. Was sein wird, was nicht sein wird. Ja, und dann wird man abgeholt. Mich holt ein Berg von einem Kerl ab. Dann zeigte man mir meine alten Papiere, die ich Egon gegeben hatte. Ich erklärte ihnen, dass sie mir jemand gestohlen hatte. Aber dieser Kerl, dieser Ochse, ging mit einem richtig dicken Stock auf mich los und sagte, es sei sinnlos, etwas zu bestreiten und jemanden zu decken, wenn dieser ohnehin schon tot sei. Aua. Ich wusste sofort, dass ich nichts verraten dürfte. Denn dann kämen sie auf Krejca, auf andere Leute und auch auf mich. Daher wiederholte ich immer wieder, dass ich die Papiere verloren hätte. Daraufhin konnte ich nicht mal mehr reden. Immer wieder zogen sie mich aus der Zelle, nahmen mich in die Mangel und schrien mich dabei an, dass sie mich, wenn ich nicht auspacke, hinrichten lassen würden. Zudem warfen sie mir vor, das Attentat gut zu heißen. Aber schließlich bekamen sie nichts aus mir heraus. Es war nicht einfach. Sie kamen wohl zu dem Schluss, dass das mit mir nichts wird und ließen mich daher in Ruhe. Nach einiger Zeit brachten sie mich in die kleine Festung in Theresienstadt. Oh, wir haben die Ziele erreicht. Finde heraus, was Großvater mit dem Attentat auf Heidrich zu tun hatte, erreicht. Finde heraus, warum die Gestapo Großvater verhaftete. herausfinden, welche Rolle bei Großvaters Verhaftung Egon Marisch spielte. Ja, aber das haben wir ja im Grunde jetzt auch erfahren, ne? Weil, wegen dem Ausweis, ne? Er hat ihm geholfen. Und, naja, wir haben ja jetzt gehört, nach der Verhaftung und dem Verhör ist er dann in die kleine Festung Theresienstadt gekommen. Nach der Festnahme wurden sie dann nach einiger Zeit von Prag nach Theresienstadt vergeben. Ja, in die kleine Festung. Da kamen vor allem Widerstandskämpfer hin, aber auch Kriminelle. Eigentlich war das so eine Art Polizeigefängnis. Für mich war es jedenfalls ein gewaltiger Schock. Wie schrecklich es dort war. Tagtäglich starben dort Menschen an Krankheiten oder vor Hunger. Es genügte auch schon, dass jemand in ihrer Nase nicht gefiel. Dann wurden sie direkt auf dem Hof vor den anderen. Mit Stöcken totgeprügelt oder erschossen. Ich erhielt Zelle Nummer 14. Das werde ich für immer in Erinnerung behalten. An beiden Wänden waren aus Brettern gezimmerte und dreistöckige Stockbetten. Die Zelle war ursprünglich für 40 Personen gedacht. Nur in Wirklichkeit mussten sich dort weitaus mehr von uns reinzwängen. Strohsäcke, nun, die waren völlig zerbröselt, sodass man eigentlich auf den nackten Brettern schlief. Und in einer Ecke dieser Zelle stand ohne Vorhang eine einzige Toilettenschüssel. Und aus der Wand lugte ein einziger Wasserhahn mit kaltem Wasser. Boah. Die meisten Wächter waren Kriminelle. Die Aufsicht über den Hof hatte ein gewisser Räuko. Ein Deutscher, aber aus dem Projektorat. Ich erlebte, wie er an einem Häftling einen Besenstiel entzweibrach. Schmidt? Ja, das war auch ein Mistkerl. Man könnte sagen, dass zwei Wächter anständig waren. Nach etwa 14 Tagen kamen wir in Außenkommandos. Dabei ging man zum Arbeiten hinaus, aus der Festung heraus. Ein schlechtes Kommando war die Reichsbahn. Dort wurden Bahnschwellen unterstopft oder Waggons beladen oder dort fing ich natürlich an. Und dort fing ich natürlich an. Die Bahn, die Bahn kochte uns super. Eher war es gefärbtes Wasser, aber warm. Boah. Hier blieb ich eine Zeit lang. Dann kam ich zu einem ganz guten Kommando. Der Krankenbau, das war ein Krankenhaus in Leitmeritz. Dort entfernten wir den Putz von den Siegeln und fällten Kastanienbäume. Gelegentlich stecken uns die deutschen Schwestern heimlich Brot mit Butter zu. Krass. Das ist voll heftig. Wenn man überlegt, dass, ja, dass alles so auch wirklich passiert ist. Waren Sie Ende des Krieges beim Todesmarsch dabei? Zum Glück nicht. Ich hatte in Buchenwald vor Kriegsende, kurz vor Kriegsende, das Glück, krank zu werden, und kam daher ins Revier, wo ich die Befreiung erlebte. Aber diese Todestransporte gab es und viele haben das nicht überlebt. Das Lager wurde dann von der US-Armee übernommen, die dort auch ein Feldlazarett einrichtete. In dem lag ich ziemlich lange, denn ich hatte allem Anschein nach mehrere Krankheiten auf einmal. Ich kann mich erinnern, dass das einmal so ein junges, lebensfrohes Zigeunermädchen aus Böhmen war. Was mich unglaublich glücklich machte, denn ich hatte nun jemanden zum Reden. Ihr Name war Marie Tschetschenakova, ein fabelhaftes, unglaublich vitales Mädchen, das auch einiges erlebt hatte. Sie war in Auschwitz und in Ravensbrück gewesen und auch von Transporten war sie nicht verschont geblieben. Aber sobald sie einigermaßen bei Kräften war, half sie gleich in der Küche aus oder pflegte die Kranken. Als auch sie nach Hause fuhr, denn eigentlich waren alle Tschechen schon längst weg, bat ich sie in Prag bei meiner Frau vorbeizuschauen und ihr persönlich zu sagen, dass es mir gut geht, dass ich lebe. Nach dem Krieg habe ich sie noch ein paar Mal getroffen, denn sie musste beim Amt nachweisen, dass sie in den Lagern gewesen war. Viele nämlich von denen, die da mit ihr gewesen waren, fast alle waren schlicht und einfach tot. Boah, krass. Moins war's. ... ... Vielen Dank.